Der Tony ist wieder dabei Yo, hallo Leute Und der, und der, und der Lukas Meine Aufnahme ist, glaub ich, ein bisschen zu weit gestartet, aber sonst alles okay Ich hab trotzdem mal eine Frage Verpiss dich, ich bin fast tot! Wer hat das ganze scheiß Zuckerrohr in meine Truhe reingestoppt? Hä, wie sagt denn das war das was? Du, Alter? Spinat, schmeißt das alles ins Wasser Oh, das war krass, Alter, ich hab nix mehr, oh my god Schmeiß jetzt die ganze Zuckerrohr ins Wasser rein Alter, ich muss jetzt mal sagen, wie darf ich kommen Ich muss ihn jetzt einfach mal töten, Alter Junge, verpiss dich, was willst du? Es fliegt jetzt sogar noch Es fliegt jetzt gar nicht, Alter Alter, ich seh dich nicht, wo bist du? Junge, jetzt packt mein Spiel rum Warte ich nur mal einen anderen Texture Pack Irgendwann töte ich dich noch, ey So ein Boden ist irgendwann 100%ig Ähm, was nehmen wir? Ähm, was nehmen wir? Warum regnet es? Es gebaut die Bäume ab John Smith Oh, ich hab's jetzt nicht auf Vollbild, ich bin schwul Ey, du Hurensohn! Ey, ne Ey, ne Leute Check euch eins De-abonniert einfach Dicken-Buff-Me-Tony, ja Disliken alle seine Videos Dann Einfach YouTube anschreiben Der ist schwul, Alter Nur wollte ich dich getötet haben Schlafen gehen Ich wollte dich gar nicht töten Jaja, Junge, du hast die ganze Zeit auch... Wo sind meine Sänger? Wo sind meine Sänger? Ja, wo sind meine Sänger? Ja, wo sind meine Sänger? Ja, ich geb die Wo sind meine Sänger? Da will ich dich töten? Sind das Gesinger, lang? Sind das Gesinger nicht, ey Ah, was will der Sparko, Alter? Was tötest du mich aber, du Hurensohn? Mit den Reporten, diese Mist geben einfach alle, Alter Ja, abonnieren, einfach alle, die abonnieren Einfach alle auf meinen Kanal gehen und abonnieren Jo, was willst du du, Huren? Das ist immer der Spass, der muss immer übertreiben, Mann Ja, Junge Fall ab Hallo Ey, wow, hör auf, hör auf, du gestern, Mann Ich war sprügele mit meiner Hand, Alter Scheiß Wurensohn Ups, hab ich gesagt Hör auf Scheiß Wurensohn Sag, wo ist hier eine kleine Höhle? Oh mein Gott, der Creeper Wo? An meinem Haus Aber was ist das? Was ist die jetzt wieder? Dieser eine, wo ist dieser eine Creeper Ah, wo? Kier, ey, Kik, macht was Oh, ne, oh, ne, 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 oh, ne Oh, ne Oh, ne Nein, 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 nein Ich hole die aber auch mit der Respawn, Dude Wo ist der? Wo ist mein Zeug? Er zeigt mir, wo ist ne, wo ist ne perfekte Höhle? Ich brauche Cobblestone Ey, können wir erstmal alle bitte schlafen gehen? Nein, ich muss doch alles getöten Ja, okay, ich helfe dir aber nur einmal Glaub ich feile? Oh fuck Sie kommen jetzt mit seinen scheiß Feilen aus seinem Haus Aber ich hab was zum Essen da, oh ja Was hast du bei dir, habt ihr bei euch Cobblestone? Äh, ich schau einfach, ja Glaub, schaden Wie einer von einmal Cobblestone, mein Alter Oh, nein, von dir? Ja, ich hab welche, ne, wurde ich vorhin schon gefragt, halt mal Ja, aber ich hol's nicht von dir Das sag ich dich, geil Das ist das nächste Mal von der Ich hab's aufgestellt What the fuck Das find ich gut, Lukas Das find ich gut, Lukas So, wie sich's gehört Ähm, toll, wie, warte, was wollt ich jetzt baust Tony, du spaß dich Boah, Tony, Alter, wie viele Creeper in deinem Haus sind Alter, drei Stück, Alter Warte mal, ich geh jetzt hin, Alter, und lass mich jetzt töten, Alter Warte mal, ich geh jetzt hin, Alter, und lass mich jetzt töten, Alter Warte mal, ich geh bei den Monstern Viel Spaß Aber die sind aber bei dir im Haus Ja, das sind zwei Creeper, ein Skeletor, ein Zombie Warte, 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 ich will jetzt mal den Sound, ich will jetzt mal den Sound bisschen probieren Ah, hier sind zwei Creeper, Junge Wo sind die? Das Skeletor, hier ist ein Zombie, ne? Hallo Hi, Tony, es springt nach vorne oben Mein Gott, ich werd einrufen, Tony wird sterben Tony, Entschuldigung Also mich Junge Nur mit Messer, 14 Wieso ruft du uns nicht so und ich bat, Alter, jetzt sterb ich, ey Nein Nein Schieße Oh, der Skelett-Shot Wird sterben Ah, ich bin tot Der sagt WTF Buff Man Skelett ist tot Alter, ich beginn ihn zu, Mann Wo ist mein Zeug, Alter Ah, welcher Huren hat diese Spinne hier hingelassen Alter, ich leg mich wieder so auf Verpiss dich, du scheiß Spinne Moin Hallo, ich will jetzt meine Sachen wieder zum Spaß Scheiße, weil ich sterbe Ich hab mich gestorben in dir Hier ist noch eine Spinne, Alter Komm, er zu dir und töte mich einfach Und es regnet so scheiße Ganz ruhig Es geht gar nicht Oh Warte, du guckst, wo dein Hurenkind ist Ist ja einfach nix mehr Du scheiß Skelett, Alter Der muckt sich Habe ich ein Zeug wieder Ich hoffe mal, Alter Jetzt sogar rauskriegt das Babyzombie Ah Oh, nee Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Das liegt wahrscheinlich noch da, wo du gestorben bist Du bist ein Homo Anstatt der der Zahl Ich konnte das nicht mitnehmen, Junge Ich war auch fast tot Und dann hat mich so eine Scheiß Spinne getötet Alter, du schießt mich noch so eine Scheiß Gelände, Junge Oh, nein, Babyzombie scheiße, du bist Aber es ist ja Aber es ist ja Jeder stirbt halt, ich schwör das abbaulich Aber es ist lasse mich Lukas, was sagst du in den Schatten soll... Mal gegen Östen zu besser? Okay Ja, ne, und dann und darf mit der Type spielen Und das blöde Nicht mit Ballist, besser Aber Obwohl Er hat Ballist, er ist er, eine Plastion zu machen Nein wir machen ja ein Ding Freispiel meinst du ne okay was heißt das ich bin dabei ich meine auch alles was soll er aber zu dass ich mein normaler zu einfach dass wir alle an einzelnern nachzuhören und dass ich in der Gruppe sind r so wie gestern halt das war auch ein bisschen mehr nicht drin ja aber das ist der Knorkel die Städte zu erlauben der SG Internet-Probleme nie er so Osterkriebe explodiert in der jetzt kopieren überstehen was ist hier passiert wir sind sehr oft gestorben und joh schau es gut an wo Toni ist hier kommen die Monster nicht in der schwarze Maul ich bin auch jetzt im Face-Game ich weiß es dir hast du etwa Argen diese Kackstift alter schau diesen verfickten Spinner an Lukas macht euch so nach alter da hast du keine eigenen Ideen das ist ein kleiner Kackstift es wird aber es ist ein YouTuber-Haus mein Gott Alter wie viel Scenette bei mir sind es hier macht diese Scheißbäume weg jetzt gehst du auch so einen Scheißbaum ne das ist ja einfach fackelt alter alle bei mir unten sind zwei Hexen alter wie soll ich da rauskommt bitte ich geh raus Hexe geht sofort auf mich braucht wer eigentlich noch ein Zimmer irgendwie also irgendwie ein Haus was? braucht wer ein Haus Keine Ahnung oder hat jeder ich weiß nicht also ich wohne doch mit dir im Arsch zack ich weiß gar nicht keinem hinter dir eine Spinne nein stirb 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 Scheiße ich hab keinen Dreck mehr Lukas bau mal hier rüber muss auffassen nicht dass er mich schottet aaaah nein er kommt auch hat er so Cleanstone er ist weg ah ne er ist hier hi jetzt ist es hier ausgeleuchtet ihr Nudeln ha es regnet so scheiße und wie lange nehmen wir auf ja neun Minuten noch eine Minute und dann startet neue Folge hier was ok was ich nehm keine auf ja und das ist irgendwie ganz schlimm weil wir die ganze Zeit sterben bei mir vorne mal da boah den will ich jetzt abschießen alter also die Zolli oh mein Gott jetzt gehen wir los abschießen haha scheiße ich hab keine Feinde mehr Junge hättest du mich abgeschossen ne ich hätte dich so umgebracht scheiße ich hab keine hab ich Eisen aaaah nee ich baum mir jetzt ein Haus im Himmel warst ah nix das ist ja ein Kackstiftwerk alter und die müssten wir so ein Baumhaus bauen ein Haus so ein riesen Baum schon so wie einiges Bäume da aber einfach so ein Haus reinbauen das wäre schon nicht schlecht so wieso sieht man eigentlich die Skins von den anderen Spackels nicht ja das frage ich mich äh oh äh Aufnahme ist sofort zu Ende also ich verabschied mich mal und so und dann gehts gleich weiter ey ne ich hab mich nicht abschießen ne ok dann können wir das wieder als kraftさん mit den anderen Perl Vielen Dank.